Hi, mein Name ist Katrin und schön, dass du hergefunden hast. Hier gibt es heute einen Überblick über alle Kids, Diamond Painting Kids, die morgen am 28.09.2024 bei Diamond Art Club erscheinen. Da momentan die Sneak Peaks nicht so ganz pünktlich möglich ist momentan, aus Gründen der Lieferkette und so weiter, habe ich mich entschieden, für euch mal so ein bisschen freitags einen Überblick zu schaffen. Das heißt, wir gucken zusammen mal auf die Bilder drauf, gucken mal drüber, was so alles erscheint zusammen und ich hoffe, dass ich dir damit eine kleine Hilfe sein kann, zu entscheiden, ob etwas so cool und so toll ist, dass es in deinen Einkaufswagen oder auf deine Wunschliste wandert morgen. Es ist schon richtig kalt draußen und Herbst ist da. Wir haben auch jetzt das letzte Wochenende im September und da wird es Zeit, sich zu Hause einzukuscheln und vielleicht auch zu Diamond Painting. Dann gucken wir mal, was da an Nachschub jetzt erscheint. Bei Diamond Art Club erscheint morgen als allererstes mal Beauty Blackout. Blackout. Cool. Laura Gonzalez ist die Künstlerin und das ist eine von diesen Blüten, die so ein bisschen Glas-Style haben, also so halbtransparent sind teilweise. Ich bin wahnsinnig gespannt zu pinten, für mich ist es glaube ich nichts. Wir schauen mal, wie groß ist es denn. Das ist 55,6 mal 70,7 Zentimeter und es erscheint ein runden Steinchen. Im Moment kommen einige Kids mit runden Steinchen raus, finde ich ganz gut. Wir hatten super viele mit eckigen und es muss endlich mal wieder auch welche mit runden geben, finde ich. 60 Farben, das ist schon eine ganze Menge. Darunter ein AB und vier Fariders. Insgesamt sind das dann eben, weil es runde sind, nur 51.914 Steinchen. Nur sagt sie, ne? Ja, ja. Das sind schon eine ganze Menge. Wir gucken uns mal nebeneinander das Gewenderte und das Originalbild an und ich finde das schon ziemlich cool. Was ich gerade schon gesagt habe, ich möchte es nicht penden. Das ist absolut nichts für mich. Ich denke, das wird Konfetti der Hölle oder zumindest so Line Blocking, also dass man in Linien mehrere gleichzeitig setzen kann von der gleichen Farbe. Aber ich glaube nicht, dass ich das penden möchte. Das sind auch nicht so ganz meine Farben von der Venture. Das Gelb finde ich ganz cool. Ne, meins wäre es glaube ich tatsächlich nicht. Was ich aber sehr cool finde, ist der Stempel in der Mitte. Das ist super gemacht, super umgesetzt. Das Vendoring ist auch einfach großartig. Da kann man wirklich, wirklich nichts sagen. Hm, ein AB und vier Fariders Diamonds. Jetzt wollen wir mal raten, wo die wären. Ich glaube, dass der AB in der Mitte, ne, der AB ist im Gelben. Der AB ist in den gelben Blättern beziehungsweise an den Rändern. Dieses hellgelbe, was so die Ränder der Blätter teilweise, der Blütenblätter markiert, da ist glaube ich der AB. Und die vier Fariders Diamonds, davon sind mindestens zwei im Stempel drin, nämlich das Weiß wird ein Fariders Diamonds sein, da in der Mitte bei diesen Blütenstempeln. Das Blau-Türkis kann ich mir auch vorstellen, dass das einer ist. Das Gelb in den untersten, also den vordersten Blütenblättern, die wir hier sehen, den gelben, das wird ein Fariders sein. Dann werden wir noch so einen rosäfarbenen Fariders haben, auch für die Blütenblätter im Übergang. Ja, wir sind immer noch nicht vier, ne? Ja, doch, sind vier. So ungefähr. Das ist meine Vorhersage für die ABs und die Fariders Diamonds. Wie es wirklich verteilt ist, könnt ihr euch dann bei Katz Diamond Painting angucken. Sie wird nämlich die Sneak und oder den First Look machen. Also entweder heute oder im Laufe der nächsten Woche wird auf ihrem Kanal ein Video erscheinen, in dem ihr euch das Bild nochmal genauer angucken könnt. Und wir gucken können, ob ich recht hatte mit meiner Vorhersage. Ich verlinke euch natürlich alle Creator, die Videos machen, zu diesen Bildern hier unten in der Videobeschreibung. Schreibe ich euch das Bild und den entsprechenden Kanal dazu. Und wenn es schon ein Video gibt, dann verlinke ich euch das. Sollen wir weiter? Wir gucken mal weiter, ne? Als nächstes haben wir Mr. Krabs Spongebob. Ich bin ja gar nicht so ein riesiger Spongebob-Fan, muss ich ehrlich sagen. Das ist, glaube ich, nicht meine Generation. Ich mag die Schnecke. Die mag ich gern. Wie hieß sie denn nochmal? Ich habe es vergessen. Schreibe es mal in die Kommentare. Wie hieß sie denn, die Schnecke? Ich weiß es. Wenn ich aufgehört habe zu drehen, fällt mir wieder ein, wie die Schnecke heißt. Also Mr. Krabs natürlich Spongebob. Das ist der Besitzer des Burgerladens, ne? Ja, bin ich richtig? Ich glaube ja. 32,2 x 32,2 cm. Runde Steinchen, 20 Farben, 1 AB und 1 Fairy Dust. Das finde ich für so ein kleines Kit und für so ein sehr cleanes Kit, sagen wir mal. Das sind ja eher so diese Anfänger, Diamond Paintings oder für Kinder oder einfach mal zum Entspannen. Nicht so viel Konfetti, nicht so schwierig zu painten, finde ich das schon eine Menge. 20 Farben. 1 AB und 1 Fairy Dust. Das ist 13.689 Steinchen haben wir dann. Es sind ja schon einige in der Spongebob-Reihe erschienen. Ich denke, dass das hier einfach dann ein Nachzügler ist. Und es wird zu den Little Diamond Kids gehören, also den Anfänger- und Kindergeeigneten Kids, sodass man sich da die Serie voll machen kann, wenn man die anderen schon hat. Und da fand ich, wie gesagt, die Schnecke auch ziemlich geil. Hier haben wir die zwei nebeneinander, also das Wandering neben dem Originalbild. Und da sehen wir, das ist ganz clean und klares Wandering. Im Hintergrund hat man ein bisschen was zu tun, aber von Konfetti können wir da wahrlich nicht reden. Also das ist Color-Blocking Heaven. Richtig was zum Entspannen. Nicht groß, man wird also auch fertig. Man hat so dieses Dopaminausschutz, dass man was fertig gekriegt hat. Mega, richtig gut. Das mag ich an diesen kleinen Snack-Size-Kits, sagen wir jetzt mal so. Und das ist ein AB und ein Fairy Dust. Also den Fairy Dust würde ich jetzt tatsächlich im Hintergrund sehen. Also da in der Mitte hinten dieses leuchtende, helle. Und der AB weiß wäre ein bisschen viel. Ich glaube nicht, dass der Mund AB ist, die Zähne. Das wäre echt ein bisschen heftig. Vielleicht dieses hellrosane in der Schere. Das könnte ein AB sein. Das ist meine Vorhersage, ja. Das hellrosane in der Schere ist der AB und im Hintergrund in der Mitte das ganz hellre. Das weiße ist das Fairy Dust Diamond. Oder das hellgrüne hinten im Muster. Eins von beiden. Angucken können wir uns das. Bei Mystia Diamonds. Die stellt dieses Kit dann heute oder eben im Laufe der Woche vor. Ziemlich cool. Sobald es halt da ist. Weiter geht's mit Finders Keepers von Jeremy Neal. Von Jeremy Neal hatten wir ja letztens. Soul Secrecy. Und auch diese Katzen. Da gibt es schon zwei Bilder, glaube ich, bei Dammit Adler. Die aber alle out of stock sind. Und ich glaube auch dieses wird relativ schnell weg sein. Jeremy Neal, das ist ja, ja, Kunst ist schon ein bisschen abstrakt alles. Aber auch hier wieder die blauen Farben richtig, richtig gut. 55,8 mal 70,7 Zentimeter. Eckige Steinchen. 39 Farben. Und davon haben wir einen Iridescent und drei Fairy Dust. Also überhaupt gar keinen AB. Okay. 63.616 Steinchen. Ganz zwischendurch, jetzt vor lauter kein AB. Ja, kann man auch mal machen. Also ein Iridescent ist ja ein Kristall bei Dammit Adler. Und Fairy Dust ist mehr oder weniger klar. Ja, wem nicht klar ist, was diese Sondersteinchen sind, guckt mal in die Sneaks. Bei mir auf dem Kanal oder woanders. Ich auf jeden Fall zum Beispiel erkläre immer, was Fairy Dust sind und was Abys sind. Und wenn ich Iridescent oder Elektro Dammit habe, dann erkläre ich die auch. Es ist schon ziemlich cool. Diese Katze, die nach dem Mond schlägt oder greift. Ja, die den Mond hauen will. Es ist so ein bisschen, es ist Wasserfarbe, glaube ich, unter anderem. Es ist schon ziemlich cool. Es ist schon ziemlich cool. Und es ist halt alles so diese Blau- und Lillatöne, die wir da haben. 39 Farben. Ich glaube sogar, dass fast, dass kein Schwarz drin ist. Ich würde sagen, das ist sehr, sehr dunkles Blau. Das ist die 9. 939 könnte das sein. 989. Ja, eins von den sehr, sehr dunklen Blautönen. Wird das wohl sein? Ich denke, dass wir gar kein Schwarz drin haben werden. Aber dann schauen wir uns doch tatsächlich jetzt mal das Vendoring an. Und ich bin gespannt. Ha, meine Einschätzung der Ibis und Fairbueders Diamonds. Erstmal ist es richtig geil gewendert. Ich meine, guck dir das an. Das ist wahnsinnig gut gewendert. Die Katze gefällt mir im Gewenderten sogar besser als im Original. Wow, jetzt will ich es auch haben. Entschuldigung. Also, richtig, richtig cool. Es ist richtig Wasserfarben hinten. Das Gewenderte nimmt das richtig auf. Dieses Zerfließen der Farben. Wie haben sie denn das gemacht? Ich wette, da sind wieder ein paar Farbtöne drin, die es vorher nicht gab. Ein paar Sechstausender, die es von da mit Art Club erfunden wurden. Und Farben, die entwickelt wurden, um besser wendern zu können, die es sonst eben in dem DMC-Range nicht gibt. Fast sicher. Also, die Sneak muss ich mir angucken. Und die Sneak macht nämlich Rachel Way. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich liebe ihre Videos. Eine der Damen, die mich zum Diamond-Pelten gebracht haben. Oder durch meine Anfängerzeit begleitet haben, tatsächlich. Sehr cool. Ach so, ja, wo kommt... Ich finde dieses Bild gerade ziemlich geil. Wir haben ein Iridescent Diamond und drei Fairy Dust. Der Iridescent sind wahrscheinlich die Augen. Also, ich würde sagen, die Augen. Oder der Mond, wobei der... Vom Original hätte ich jetzt der Mond gesagt. Vom Rendering her bin ich mir da nicht sicher. Es könnte natürlich sein, dass der Iridescent ein ganz helles Blau ist und dann der Mond und diese Stippen auf der Katze sind. Diese Stippen, was auch immer das ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, der Iridescent ist das Auge. Wahrscheinlich irre ich mich. Dann drei Fairy Dust. Dann würde ich nämlich sagen, dieses hellblau um den Mund rumrum und die Stippen und hinten am Schwanz das Highlight. Das ist der hellblaue Fairy Dust. Dann schätze ich, dass wir wieder einen weißen Fairy Dust haben, nämlich im Hintergrund. Und wenn das Auge kein Iridescent Diamond, also Kristall ist, dann ist es ein weißer Fairy Dust. Dann vielleicht ein lila Fairy Dust. Und noch ein Blauton. Ah, das ist schwierig. Also, auf das, da bin ich gespannt. Das muss ich mir angucken bei der Rachel Away. Sobald es eben da ist, wird sie da ein Video zu machen und ich freue mich drauf. Da bin ich gespannt. Und wow, ziemlich geil. Das will ich hängen ab. Wow, mega. Weiter geht's. Und zwar mit Galaxy Potion. Englisch kann sie heute auch nicht mehr die Katrin. Galaxy Potion von Uita Konya bzw. Area Illustration. Das Bild ist auch ziemlich heftig. 55,8 x 75,9 cm, also auch nicht klein. Eckige Steinchen, 74 Farben mit zwei ABs. Oh, jetzt geht's los. Ein Malecto, ein Iridescent und fünf Fairy Dust Diamonds. Also hier, wo Diamond Adlap ist, wenn wir mal wirklich wissen, 68.320 Steinchen. Wow. Also in dieser Galaxie, die da aus dem Kessel kommt, wird einiges los sein. Ja, Area Illustrations, ziemlich coole Artwork. Ich habe zwei Halloween-Bilder von ihr, glaube ich, hier. Mag ich ganz gerne. Es ist nicht mein allerliebstes, aber ich mag es ganz gerne. Ich finde es schon ziemlich cool und ich mag es gerne ansehen. Also ich mag die Illustrationen so ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ich es penden möchte. Aber das Bild mag ich sehr gerne. Und jetzt bin ich mal gespannt aufs Rendering. Ha, und da sind wir nämlich, mir gefallen die Haare nicht. Ich mag das nicht so gerne. Diese Spag... Also wenn Haare sehen beim Rendering, je nachdem wie sie gemalt wurden vorher, im Original, gerne mal aus wie Spaghetti. Und das mag ich nicht. Hier ist es so ein bisschen so. Ich habe es schon schlimmer gesehen. Also ich finde es nicht super schlimm, aber ja. Also das Weiche vom Grundbild geht halt beim Diamond Painting verloren. Ich glaube, selbst wenn es ein bisschen anders gewendert wäre, würde das verloren gehen. Nichtsdestotrotz ist es ein wahnsinnig schönes Bild. Sie sieht halt auf dem Rendering ein bisschen duseliger aus als auf dem Original. Also ein bisschen, als hätte sie in ihrem eigenen Poisson hier geschnüffelt. Aber die Galaxien im Kessel sehen ja mal richtig lit aus. Also der Kessel gefällt mir wahnsinnig gut. Es ist Motsnavorm Niveau. Das Bild gefällt mir schon wirklich gut. Zwei ABs. Eine Lektor. Eine Redescent und fünf Fairy Dust Diamonds. Meine Herren. Die ABs sind die Sterne. Also ein weißer AB. Dann wahrscheinlich eben auch gerade an der Galaxie. Dieser weiße leuchtende Rand. Das wird auch AB sein. Also wir haben einen weißen AB und einen hellblauen, würde ich sagen. Ja, vielleicht. Oder es ist ein rosaner und der ist mit in der Flasche drin. Der Elektro Diamond. Das ist ja ein Metallic-Effekt. Metallischer Stein ist das. Würde ich sagen, ist der Korken und ihre Fingernägel. Ich weiß zwar nicht, warum der Korken metallisch sein sollte, aber ich denke, nach dem Rendering zu urteilen, dass es der Korken und die Fingernägel sein werden. Ein Iridescent nur. Das finde ich jetzt wahnsinnig. Ja, doch. Wobei, Kristall brauchen wir nicht mehr als ein. Dann nehme ich es zurück. Ich glaube, da sind die Sterne doch der Kristall. Ach, ist das schwierig. Die Sterne sind doch der Kristall. Trotzdem haben wir einen weißen AB. Fünf Faridus Diamonds. Ich denke, das ist relativ einfach. Das hellblaue um den Kessel drumherum. Der Nebel da. Das ist ein Faridus Diamond. Bestimmt. Dann haben wir, denke ich, ein Faridus Diamond in den Haaren. Also so einen hellgelben Faridus Diamond. Dann werden wir einen lillernen Faridus Diamond haben. Wir werden einen dunkelblauen Faridus Diamond haben. Und wir werden einen weißen Faridus Diamond haben. Und die befinden sich alle in diesem Galaxie-Gewusel da unten, in diesem Konfetti, was da unten stattfinden wird. Wobei, reden wir mal über Konfetti. Ich glaube, wirklich richtig konfettilastig ist das Bild nicht. Der Hut ist, glaube ich, komplett 310. Das Kleid fasst. Der Hintergrund, da sind wir in der Tiefe. Da werden wir verschiedene Dunkelblautöner und Lidertöner haben. Ich meine, wir haben ja auch genug Farben. Ja, unten in den Galaxien, das sind schon immer so Farbblöcke. Also richtig, richtig Konfetti ist es auch nicht. Der Kessel, das ist Leinblock in Konfetti sozusagen. Das ist kein großes Colorblocken. Ja, ich denke, wir haben die Abwechslung schon drin. Genauso wie in den Haaren. Da wird es auch Leinblocking sein. Also ich finde, es ist schon ein cooles Bild. Umso länger ich mir das Wendling angucke, umso cooler finde ich es auch. Als nächstes haben wir Cinnamon Coffee. Ach so, vergessen. Wer zeigt es denn? Wer zeigt es? Na, ich hätte mir gedacht. Ich rate gerne auch vorher mal, wer sowas hat. Und das Bild könnt ihr bei Emeralds and Fairylights sehen. In Englisch. Und bei der Izzy von Izzy Painting Diamonds. Könnt ihr es auf Spanisch gucken, wenn ihr möchtet. Wenn ihr eure Spanischkenntnisse aufbessern möchtet. Ja, aber das war eigentlich, das ist, also Emeralds, dass sie es hat, das war mir eigentlich klar. Lindsay, das ist ihr Stil. Das mag sie, glaube ich, gerne. So, Cinnamon Coffee. Ja, von der ja Cargisoy. Cargisoy. Von ihr habe ich noch nichts, habe aber schon ein paar Bilder gesehen. Ein paar sind ja auch bei Diamond Adler schon erschienen. Ich mag ihre Mädels. Also die Frauen, die sie painted, Mädchen, nicht immer. Manchmal sind die echt spooky. Und dieses Bild ist auch ein bisschen an der Grenze zu spooky. Reden wir mal gleich drüber. Also jetzt erstmal 55,6 x 78,8 cm. Runde Steinchen. 66 Farben. Und da sind drei ABs, zwei Ödesen und sechs Fairy das Diamonds dabei. Wir kriegen ein paar Ödesen diese Woche, ne? 57.772 Steinchen. Und es ist ein total herbstliches Bild. Das ist ganz, ganz, ganz großartig. Es wäre wahrscheinlich vielleicht ein Bild geworden, das ich jetzt zu Bora und Schüttelfrost gemacht hätte, wenn es früher rausgekommen wäre. Aber jetzt habe ich so viele hier. Und 66 Farben und die Größe, ich weiß nicht. Weil hier haben wir Svendoring. Svendoring ist wirklich richtig gut gelungen. Das ist schön. Der Pullover sieht zum Reinkuscheln aus. Die Augen haben sie auch gut übersetzt. Und das Gesicht Svendoring ist auch echt gut. Also die Tiefen, die die Künstlerin hier mit einbaut und diese kleinen Pausbäckchen, das kommt schon super raus. Die Haare sind wieder ein bisschen nah an Spaghetti, aber es geht durch die Farbe vielleicht, also durch das eben ein bisschen Gescheck, dass so Strähnchen drin sind, geht's. Die Ohrringe haben auch diesen Bling. Das ist, finde ich, cool, dass der mitgewendet wurde. Und der Hintergrund, ja. Das wird lustiges Konfetti. In bisschen Farben. Was haben wir denn? Wo haben wir denn die ABs und die Felder-Stimons? Ach, drei ABs, zwei ABs und sechs Felder. Ich meine, sechs Felder, das ist ja auch echt eine Ansage, ne? Also drei ABs, ich würde sagen, rot in den Herzen. Dann haben wir auf jeden Fall möglicherweise das Bling an den zwei Ohrringen. Da unten ganz wenig. Und als dritten AB, vielleicht, das weiß die Herzen in den Augen, die zwei. Aber ich bin mir nicht sicher, ich glaube es fast nicht. Also ABs tue ich mich momentan echt schwer, weil viele Durchfälle, wie das immer ersetzt wird, momentan. Zwei Iridescent. Auf jeden Fall, oh, ich bin dessen in dem Bild. Hm, Kristalle. Ich würde hier gar keine Kristalle reinpacken. Hm, in den Ohrringen nicht. In den Ohrringen sind Fairy Dust. Es gibt diese Fairy Dust-Diples, die aussehen wie Gold. Und die sind da drin, das sind die Ohrringe, da bin ich mir ziemlich sicher. Deshalb zwei Iridescent. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Im Hintergrund, diese leuchtenden Punkte, da packen wir jetzt einfach mal. Der ist gerade so hellgebege, oder so goldbege. Das gibt es dieses schmutzige, fast komplett durchsichtige. Das nehmen wir jetzt mal. Und dann nehmen wir noch einen braun. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, da bin ich sehr gespannt. Sechs Fairy Dust. Da, wie gesagt, zwei Goldtöne für die Ohrringe. Wir werden einen weißen Fairy Dust haben. Dann werden wir einen roten Fairy Dust haben. Wir werden einen gelben Fairy Dust haben. In den Herzen zum Beispiel. Wahrscheinlich noch einen grünen, die selgrüne in den Blättern. Eins, zwei, drei, vier. Weißen Fairy Dust für das Weiße ganz außenrum. Fünf, oder noch einen beigenen für den Hintergrund. Sechs. So, das tippe ich jetzt erst mal. Ob ich recht habe oder nicht, das können wir uns in meinem Video angucken, das dann rauskommt, sobald ich das Bild hier habe. Ja, also da gucken wir zusammen drauf und überprüfen, was ich hier erzählt habe, ob das richtig ist. Ich muss nur daran denken, dass ich mir vorher dieses Video hier nochmal angucke, weil ich merke mir ja nicht, was ich so gequatscht habe. Das wäre ja noch schöner. Wir werden sich das alles merken. Und die Mrs. Coffee schaut sich das auch an in Englisch. Ja, dann kommt einer meiner liebsten Künstler, Wendell Spengler mit Literate Cat. Und auf diesem Bild ist so wahnsinnig viel los wieder. Und die Bücher. Und da sitzt eine Katze und liest. Und das ist der Grund, warum ich es nicht habe. Nein. Ich mag leider die Katzen- und Hundebilder von Wendell Spengler nicht ganz so gerne. Und ein paar schon, aber viele sind mir einfach creepy. Und das hier finde ich, nein. Ich meine, ich bin Katzen, ich hatte Katzen, ich bin ein Hunde- und Katzenmensch. Ich hatte mein Leben lang Katzen und dann jetzt einen Hund seit acht Jahren. Vorher war immer Katzen. Aber das, nein. Wir gucken uns trotzdem mal über das Bild. Das Bild an sich ist echt cool. Die Maus oben in der Ecke auf dem Buch finde ich großartig. Ich liebe die Bücher bei Wendell Spengler im Hintergrund. Sie sind immer so toll. Jedes Buch ist anders. Und das sind so schöne, dickledereingebundene alte Bücher, die ich einfach nehmen möchte. Und die von draußen schon schreien, dass da ganz fantastische Geschichten drinstehen. Mit diesen Diamanten an den Seiten. Oder Steinen. Keine Ahnung. Ich liebe es. Wir haben als Detail zum Beispiel auch eine Tischdecke, auf denen Katzenköpfe sind. Und in der Schüssel mit den Keksen. Die Kekse sind Fischkekse. Und auf der Schüssel sind auch nochmal Kätzchen drauf. Wir haben diese Details in den Büchern hinten. Die Uhr hinten. Zwischen den Zahlen sind nochmal Pfötchen. In der Uhr der Mond, die Sterne, die Blätter oben. Links und rechts von den Pflanzen, die da irgendwie überall immer rumstehen. Wahnsinn. Ich habe aber noch gar nicht gesagt, wie die Details für die Daten zu dem Bild sind. Ja, das machen wir jetzt. 55,8 mal 55,8. Das heißt, das ist ein quadratisches Bild. Das hat eckige Steinchen. 66 Farben. Und da sind zwei ABs und vier Ferrys drin. 50.176 Steinchen. Jetzt reden wir nochmal weiter über das Bild, indem wir uns auch gleichzeitig das Rendering angucken. Schaut euch das mal an. Die Brille von der Maus ist creepy. Aber ansonsten ist normalerweise Randall Spengler, Diamond Adlap. Ich meine, die arbeiten jetzt auch schon so lange zusammen, dass sie, glaube ich, in Stil aneinander angepasst haben. Aber auch schon von Anfang an. Randall Spengler passt vom Mahlstil so wahnsinnig gut zu Diamond Adlap. Und damit Adlap schafft es immer mehr, Details reinzunehmen und weicher zu rendern, ohne ihren Stil zu verlieren. Das passt einfach super zueinander. Ich habe im Originalbild gar nicht gesehen, dass die Maus nicht eine Brille, sondern ein Minockel, wie nennt sich das? Ist das eine Brille? Nee, sie trägt tatsächlich eine ganze Brille im Original auch. Das habe ich gar nicht gesehen, das Detail. Sieht natürlich im Gerenard ein bisschen sehr creepy aus, weil da die Brillengläser natürlich dicker sind, weil die Steinchen halt, du kannst ja keinen halben Stein machen für die Brille. Ja, das ist ein bisschen viel. Links die Maus habe ich gar nicht gesehen gerade, links hinter der Kerze, das ist ziemlich cool. Die Katze finde ich fast im Gewenderten besser als im Gemalten. Die Augen finde ich cooler. Das ist da hinten die Uhr. Und die Details in der Uhr sind super übertragen. Meine Herren, die Spiegelung des Glases, also dass es ein Glas ist, ist super gewendert. Der Rauch von den Kerzen. Ach du Scheiße. Es ist schon wirklich gut. Es ist schon gut. Ja gut, die Tischdecke ist ein bisschen creepy. Aber ansonsten ist es wirklich wow. Richtig geil. Zwei ABs, vier Fairy Dust Diamonds. Hier hätte ich jetzt iridescence erwartet. Aber nun gut. Auf jeden Fall wird das ABs in den Kerzen geben, genauso wie Fairy Dust Diamonds. Also ich denke, die Kerzenflammen haben sowohl einen AB mindestens, als auch einen Fairy Dust Diamond. Und das Gleiche gilt für die Kerze. Das heißt, ich denke, wir haben einen weißen AB, einen weißen Fairy Dust Diamond auf jeden Fall. Und dann noch einen gelben Fairy Dust Diamond. Und vielleicht noch einen grünen AB für die Pflanzen oben. Ja, auf jeden Fall mal einen grünen Fairy Dust Diamond, der oben in die Pflanzen in der Selle ein bisschen reingeht und in die ein oder zwei Bücher. Und vielleicht noch einen blauen in den Steinen. Oder im Buch, auf jeden Fall weiß, vielleicht ist da noch ein grauer mit drin. Das könnte natürlich auch sein. Das ist so meine Vorhersage für Wendels Spengler. Da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Und dann, ach so, ich vergesse heute. Ich vergesse Dinge und ich werde es auch nicht ausschneiden. Nicht, nee, machen wir nicht. Das können wir uns natürlich auch wo angucken. Natürlich. Und zwar bei The Principal Painter. Ja, ich finde sie ziemlich cool. Und sie zeigt uns das Bild dann bei sich auf dem Kanal, sobald es da ist. Jetzt aber. Wir kriegen mal wieder ein Mystery Kid. Und zwar Nummer 76. Thema ist Fantasy. Und zwar Objekte. Also ein Fantasy-Objekt. Das kann jetzt nachher alles sein, ne? Eau Claire Studios ist der Künstlerverband. Und das ist jetzt auch der Punkt. Ich habe zu dem Bild natürlich überhaupt gar keine Informationen. Ich weiß nicht, wie groß es ist, wie viele Farben und so weiter. Keine Ahnung. Lass uns mal überlegen. Also bei Eau Claire Studios, ich kann euch jetzt auch kein... Normalerweise würde ich euch jetzt ein anderes Bild des Künstlers zeigen, von dem ich sicher bin, dass es nicht das Mystery ist, weil es vom Thema nicht passt oder weil es vielleicht schon erschienen ist als normales Bild bei Diamond Art Club oder so. Geht hier aber nicht. Eau Claire Studios hat so viele Bilder und die sind so unterschiedlich. Das ist ja ein Künstlerverband sozusagen, die ja auch mit AI, überarbeiteter AI arbeiten. Also mit AI als Grundlage und dann Mixed Media machen und so. Und keine Ahnung, was noch alles. Schwierig, da irgendwas zu sagen oder zu sagen, in die und die Richtung könnte es gehen. Ich denke, dass es ziemlich groß sein wird. Und Objects. Objects, was könnten das sein? Das könnten Fantasy Objects, das könnten Zauberbücher sein. Glaube ich aber nicht. Das könnten Gläser sein. Also so Zaubertrank Gläser. So bauchige Flaschen mit Zaubertrank oben raus. Könnte das sein... Objects. Fantasy Objects. Fantasy Objects. Ja, fällt mir jetzt nicht mehr so viel zu ein. Außer ich habe irgendwie jetzt die Giftgläser, Zaubertrankgläser im Kopf. Was anderes fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich bin jetzt blockiert. Fantasy Objects. Ja, oder so. Also keine Ahnung. Und es ist auch wirklich schwierig, bei dem Künstler was zu sagen. Was es sein könnte, angucken können wir uns. Eine Sneak oder ein First Look bei Crafts with Crashly. Crashly. Und dann, ja, in die Mystery Gruppe gehen, wenn man wissen will, was es sein könnte. Da wird rumgeraten. Da haben sie dann auch echt immer gute Ideen. Das heißt, da könnte man wirklich auch gespoilert werden. Also Achtung, wenn man in der Diamond Art Club Mystery Gruppe ist, kann man gespoilert werden. Auch auf vielleicht andere Mysteries, die man noch zu Hause hat. Und deshalb bin ich, wenn ich in diese Gruppe gehe, immer sehr, 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 sehr vorsichtig. Weil ich hier noch so ein oder zwei, nicht viele, aber ich habe ein, zwei Mysteries tatsächlich, also Mysteries, von denen ich tatsächlich nicht weiß, was drauf ist. Wo ich mich noch nicht habe spoiler lassen und wo ich auch wirklich die Überraschung haben möchte. Deswegen da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und dann haben wir, last but not least, den Diamanten. Das Release ist sozusagen für die meisten zumindest. Und ich sage euch, dieses Bild wird sofort weg sein. Und dazu sage ich euch, wenn im ersten Release um 18 Uhr die Sachen weg sind, dann gibt es noch den 18.30, also den normalen Release. 18 ist ja nur der Vorab für Diamond and Ruby Members. Um 18 Uhr kommt es nochmal für alle anderen und dann wird nochmal mehr da sein. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es bei beiden Releases relativ schnell ausverkauft sein wird. Ich denke aber auch, dass es gewiestockt wird irgendwie. Dann zeitig. Margaret Morales. Und zwar ist es diesmal Mitsushira. Mitsushira, es sind Drachen drauf. Es sind asiatische Drachen. Japanisch, chinesisch, ich weiß gar nicht. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit. Es sieht aus wie aus einem Fantasy-Buch. Und aktuell sind super viele asiatische Fantasy-Geschichten auf dem Markt auch. Ich habe noch nicht so viel gelesen, weil es meistens Momentasy ist. Und ich mag das nicht. Das ist mir Young Adult Momentasy ist mir zu viel. Da bin ich zu alt für. Ich stehe dann eher auf so schöner High-Fantasy. Aber das sieht echt nach einer Geschichte aus. Wir haben diese japanischen Drachen, chinesischen Drachen, was auch immer. Und sie vorne dran mit den Haaren, die wegwehen. Und als wenn sie vielleicht auch, ja, sie hat auch so wie so Drachenhörner selbst auf dem Kopf als Schmuck. Sehr, sehr geil. Und richtig heftige, geile Farben. 83,6 mal 55,8 ist auch eine stattliche Größe. Eckige Steinchen natürlich bei dem Kit, weil mir das ist eigentlich klar. Also bei den Details muss es eckig sein. 64 Farben, 1 AB, 1 Electro-Diamond. Und da habe ich jetzt schon Vermutung. Und 4 Fariders-Diamond. Und könnt ihr euch bitte mal ihre Augen angucken? Unter die Augen der Drachen. 75.264 Steinchen. Richtig geil. Hier haben wir das Vendoring. Das habe ich mal so ein bisschen auf einen Punkt des Bildes zentriert. Weil ich das ganze Bild hier nicht nebeneinander dran kriege. Ich aber diesen Vergleich haben möchte. Und ich finde, dass es gut gelungen ist. Ich finde die Haare ein bisschen creepy. Aber das ist auch ihr Malstil. Wenn wir links mal gucken. Beim Original, die dicken Striche zwischen den Wasserfarben, die sie da nutzt. Ja, das ist schon ihr Stil. Das ist schon okay. Genauso wie die roten Ringe unter den Augen. Das ist einfach ihr Stil. Das hat auch was kulturelles. Oder einen kulturellen Hintergrund. Das hat was zu bedeuten. Da muss man nochmal gucken. Ich wusste es mal. Da gibt es aber auf jeden Fall Gründe für. Gute Gründe. Wow. Ja. Es sieht schon gut aus. Und ich finde Sven Doring auch gut. Gut, muss ich gestehen. Wir hätten vor anderthalb Jahren nicht gedacht, dass man Margaret Morales im Diamond Art Club Universum jemals zu sehen bekommt. Beziehungsweise das mit dem Rendering hinhaut. Aber es haut hin. Es haut hin jedes Mal. Wir haben einen AB, einen Electro Diamond und vier Fairy Dust. Keine Iridescent diesmal. Na gut. Ein AB, ja. Keine Ahnung. Der AB kann tatsächlich alles sein. Ich sage, es ist ein, was ist es denn? Ich sage, es ist ein weißer AB, nee, ein hellblauer AB, irgendwo dazwischen drin. Der ist gerade gar nicht so interessant. Der Electric Diamond und die vier Fairy das Diamond, das ist interessant. Der Electric Diamond, das ist ja ein metallischer Stein und den habe ich bisher, glaube ich, nur in Silber und in Gold gesehen. Ich glaube, in Bronze gibt es ihn auch. Ich glaube, die drei haben wir. Und das wird hier entweder Bronze oder Gold sein und wird im Gürtel, wird in den Augen vielleicht sogar, aber auf jeden Fall in diesem Flügelchen, das als Schmuck an ihrem Ohr ist und im Ohrring als auch im Gürtel sein. Fairy Dust werden wir auf jeden Fall zwei von diesen gelb-goldenen haben, die aussehen wie Gold. Das hatte ich beim Year of the Dragon, den ich ganz Anfang des Jahres gepaintet habe. Du kannst mal in meinen fertigen Videos über meine fertigen Kits reingucken. Wenn ich daran denke, verlinke ich dir das Video auch unten in der Videobeschreibung ganz, ganz unten. Da habe ich zwei von diesen Fairy Dust Steinen gehabt, die sehr, also das ist wirklich wie Gold. Es sieht aus, als hättest du da Gold vor dir. Und das ist hundertprozentig, zwei Stück nehme ich an, in diesem Schmuck am Ohr und im Gürtel und in den Augen von den Drachen. Möglicherweise haben wir dann eben ein Fairy Dust in ähnlicher Farbe, beziehungsweise den Abby in den Blütenstempeln, der blüht da auf ihrem Kleid und oben im Haarschmuck. Das wird aber, ja, ansonsten, wie gesagt, der restliche goldene Anteil in diesem Bild sind die Fairy Dust Diamonds und da wird auch Electro Diamond mit dabei sein. Das wird heftig. Dann haben wir vielleicht noch einen hellblauen Fairy Dust Diamond und einen weißen. Ja, das oder so einen türkisfarbenen in den Blüten dann. Ja, das könnte ansonsten, der Rest kann überall sein, eigentlich mehr oder weniger. Ich bin sehr gespannt und das Bild, das können wir uns angucken bei der Katie von Diamonds & Washy, was auch was war, was mir klar war, dass sie dieses Bild als Sneak oder First Look zeigen wird. Das ist einfach ihrs. Und ich, ja, ich werde das auch hier zeigen, sobald es bei mir eintrifft. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Das waren sie jetzt. Das waren die acht Bilder, die morgen am 28. September 2024 bei Diamond Art Club erscheinen. Ich finde, das ist eine gute Mischung. Wir haben von allem was dabei. Da müsste für fast jeden was dabei sein. Wobei mir so ein paar von euch einfallen, die sicher sind, das Wochenende, wo nichts mit dabei ist. Und das ist dann auch okay, weißt du, da muss man auch nicht unbedingt was kaufen. Und wir gucken uns das hier ja an, damit ihr eine gute und richtige Entscheidung treffen könnt morgen. Ob ihr was haben wollt unbedingt und wenn was. Also dieser DRC Release, also damit Art Lab Release, ist morgen am 28. September um 18 Uhr für Diamond & Ruby Members und für alle anderen um 18 Uhr 30. Wenn es beim ersten ausverkauft ist, dein Bild, das du haben willst, nicht verzagen. Einfach um 18 Uhr 30 nochmal rein. Weiterer Tipp, du brauchst nicht auf die E-Mail warten. Guck mal fünf vor sechs schon rein und refresh die Seite mal ab und zu bei den New Arrivals. Ja, wenn du etwas unbedingt haben willst, ist das der Weg, den ich gehen würde. Ich hoffe, das Format gefällt dir. Schreibt mir das mal unten in die Videobeschreibung. Das werde ich versuchen jetzt jeden Freitag zu machen, solange bis das mit den Sneak Peaks wieder einigermaßen on track ist und wir wieder regelmäßig von den üblichen Verdächtigen Sneak Peaks zu Gesicht bekommen und ihr euch die Bilder einfach nochmal richtig angucken könnt in diesen Videos. Zu den Sneak Peaks, der Bilder, die wir hier gesehen haben und die morgen erscheinen oder First Looks wahrscheinlich eben auch. Die Links sind unten in der Videobeschreibung, mindestens zu den Kanälen der Damen. Herren haben wir diesmal keinen dabei. Schaut auf den Kanälen vorbei. Lasst auch ein bisschen Liebe da und schaut euch die Bilder gerne eben vorher nochmal ganz genau an, wenn du dir nicht sicher bist. Ja, darum machen wir die Videos ja hier. So, das hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann alsbald in meinem nächsten Video wieder. Wenn du das nicht verpassen willst, dann einfach mal abonnieren, wenn du möchtest und ich freue mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben und wenn du dann noch Bock hast, dann auch gerne über einen Kommentar. Wie haben dir die Bilder gefallen? Wie hat dir das Format gefallen? Ja, welche Bilder fandst du cool? Welche fandst du nicht so cool? Ich freue mich auf deine Meinung in den Kommentaren. Und vielleicht hast du ja auch noch eine Vermutung, wo bestimmte ABs hinkommen oder so. Wenn du eine Idee zum Mystery-Kit hast, bitte nicht in den Kommentaren spoilern. Das muss ich leider löschen. Ja, wir wollen ja niemanden die Überraschung versauen. Alles klar. Also dann, wir sehen uns. Du passt bitte gut auf dich auf und, weißt du, nicht aufregen, immer schön entspannt bleiben. Lohnt sich nämlich nicht, sich aufzuregen. Meistens jedenfalls. Also, bis dann. See ya. See ya. See ya. See ya. See ya. Untertitelung des ZDF, 2020